In den ersten 300er alle Flossen oder Floss-Pädels stellen. Vitamine! Vitamine und Naschen! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, und zwar heute das Thema, wie schaut eigentlich so ein Entlastungstag im Trainingslager für einen Profi bzw. für mich aus. Und die ersten Unterschiede sind schon, mein Programm heute ist eigentlich relativ langweilig. Ausgeschlafen, gefrühstückt, dann geht's zu Primetime, wenn die Sonne am höchsten steht, geht's dann natürlich ins Wasser, damit wir auch schon braun werden. Dann, ja, Pause, dann am Abend geht's noch, vorm Abendessen geht's noch in den Kraftraum für meine Gymroutine, wozu es dann auch noch ein separates Video geben wird. Und dann auch schon Abendessen. Und bei Nick ist das Ganze direkt anders, der war schon vor Frühstückschwimmen. Fertig. Und jetzt gibt's Familienausflug. Also für jeden schaut ein Ruhetag anders aus, aber ich zeige euch heute, wie es bei mir ausschaut. Ich kann dir sagen, der Schwimm fühlt sich scheiße an. Zumindest bei mir heute Morgen. Ich bin durch. Vielleicht mache ich auch eine Woche Ruhetag. Eine Woche Ruhetag. Drei Tage mit Fred trainieren und dann eine Woche Ruhetag. Zur Einordnung ist es jetzt Tag 3 im Trainingslager. Also den Anreisetag, oder mit dem Anreisetag ist es Tag 4. Den Anreisetag und die Fallster Max Day. Da gab es ja auch schon Videos dazu. Ja, gestern gab's kein Video. Das war so ein Long Day mit Long Run und Long Ride. Und ja, heute ist dann auch schon der erste Entlastungstag. Wir sehen uns am Pool. Bist du Kona-Fremd? Hm. Ich fahrst du am Strip? Ich fahrst du am Ausflug. Ich fahrst du am Ausflug. Da kommen die Urlauber. Könnte passen den Shirt zum Rest Day. Was auch wichtig ist, am entlasteten Tag ist, zur richtigen Zeit zu schwimmen. So bis 12 Uhr sind hier immer noch die ganzen Gruppen. Und jetzt ist es 12.24 Uhr. Und wie man sieht, der Pool ist schon hierher. Ohne Näherheit. Es hat nur 27 Grad, aber es wird schon gehen. Äh, 2. Was ist das Programm nochmal? Das Programm war 400 Meter beliebig ein. 400 Meter beliebig ein. 6 x 150 Wishiwaschi. 6 x 150 Wishiwaschi. Also 25 Meter Wassergefühl, 25 Meter ganze Lage, 50 Technik, 50 ganze Lage. Das ist Wishiwaschi. 3 x 800. 3 x 800. Das ist Zone 2. Das ist Zone 2. Ne, ist ganz easy. 2 ganze Lage, eine Arme, aber lockerer Pace. Und dann 400 Beine. 400 Beine mit Flossen. Das wird hart von ihm. Das ist Czebes Intervallprogramm heute. Und dann 200 aus. Das ist 4 Kilometer, oder? Genau. Und wichtig, auch selbst am Ruhetag 60 Gramm Carbs hier in der Flasche. Weil, äh, man muss auch schon die nächsten Tage vorbereiten direkt. Und danach gibt's auch direkt einen Proteinshake. Nicht, dass deine Wadeln nur schwumpfen. Genau. Die Muskeln hier, die kommen nicht von irgendwo. Ja. 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 Die Muskeln Vielen Dank. I don't care, I will break my stride. Lownies. I don't care. I don't care. I will break my stride. I don't care. 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 Also, wie ihr seht absolut nichts spannendes. Jetzt geht es noch zur Regeneration in die Sauna. Jemel sitzt jetzt schon drin. Haben sie extra vorm Kraftrecht schon angemacht, wenn man schon den Luxus hat und die Sauna im Zimmer steht. Ja, ich hoffe, es waren interessante Einblicke für euch. Ja, falls ja, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Feedback. Ich freue mich immer über eure Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Euer Christian.